Dachte, du kommst heute mal normal spät. Ja. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Der will Haus bezahlen. Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu gucken. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen? Ja, an dem du das Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Freust du dich denn gar nicht? Ich kann nicht der Vater sein. Seit meinem Unfall geht's nicht mehr. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schön, das Arschloch. Flecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Nee, das ist gefährlich. Ja, die Pussy im Abwasserrohr. Ja. Was machen Sie? Das muss ich hier warten. Das geht zumal. Ich bringe jetzt mal die Sachen hoch. Ja, ich muss auch weiterhin. Schönen Tag. Ja, mit Ihnen auch. Tschüss. 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 Tschüss.